Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem achten Spieltag. Die SG Dynamo Dresden gewinnt 3 zu 0 gegen den SV Werder Bremen. Bei mir begrüße ich die beiden Trainer, einmal Markus Anfang von Werder Bremen und Alex Schmidt von Dynamo. Zu Beginn würde ich, wie immer Sie, Herrn Anfang, einmal um Ihr Statement zum Spiel bitten. Ja, hallo zusammen. Erstmal gratuliere Dynamo zum verdienten Sieg heute. Meine Mannschaft hat, glaube ich, durchweg ein ganz schlechtes Fußballspiel abgeliefert. Wir haben wahnsinnig viele Fehler gemacht, sogar Fehler gemacht, obwohl wir vielleicht teilweise gar keinen Druck bekommen haben vom Gegner. Wahnsinnig viele technische Fehler gemacht und insgesamt einfach gar kein Zweikampfverhalten an den Tag gelegt. In jedem Zweikampf haben wir uns abfertigen lassen und das ist halt zweite Liga. In der zweiten Liga gewinnst du halt auch Spiele über Zweikämpfe, über dann Intensität, über eine Dynamik. Und das haben wir komplett vermissen lassen. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, habe ich auch in der Halbzeit gesagt, dass wir irgendwie gefühlt ein bisschen ängstlich waren. Warum, weiß ich nicht. Jetzt können wir darüber reden, dass wir eine sehr, sehr junge Mannschaft haben. Dass einige vielleicht ihre ersten Einsätze haben, aber das lasse ich nicht zählen, weil das sind auch Fußballer, die guten Fußball spielen können. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gezeigt und das ist so, so können wir auch in der zweiten Liga kein Fußballspiel gestalten, geschweige denn gewinnen. Deswegen war es auch zu Recht, dass Dynamo das Spiel gewonnen hat. Auch wenn man jetzt über Chancen noch reden kann, Dynamo hat gefühlt einfach jedes Ding verwertet. Und trotz alledem ist das auch dann hinten raus eine Konsequenz. Wenn du so ein Spiel so angehst, wie es Dynamo gemacht hat. Kann ich? Es hat die ganze Zeit grün geleuchtet, deswegen habe ich gedacht, es hätte funktionieren. Ah, okay. Hört man mich jetzt? Ja, okay. Wenn man dann am Ende so ein Spiel so angeht, wie Dynamo das gemacht hat, dann wird es auch belohnt dafür. Und das haben wir ja am Ende des Tages vermissen lassen. Und in der zweiten Halbzeit dann so einfache Gegentore zu bekommen und selbst deine Chancen nicht zu nutzen, da musst du dich auch nicht beschweren. Das war einfach heute kein guter Tag von meinen Jungs. Nach dem Spiel gegen HSV, wo ich gesagt habe, so hinten raus, das war schon ordentlich, was die Jungs dann nochmal abgeliefert haben. Bis auf die ersten 20 Minuten war es heute einfach durch die Bank kein gutes Spiel. Wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen. Jetzt müssen wir regenerieren. Wir haben jetzt ein ganz schweres Spiel gegen Heidenheim zu Hause. Aber so ist die zweite Liga, da kann jeder jeden schlagen. Und heute haben wir zu Recht verloren, weil Dynamo einfach wesentlich konsequenter war und vor allen Dingen ihre Zweikämpfe dementsprechend geführt haben. Dankeschön. Herr Anfang, vielen Dank für Ihr Statement zum Spiel. Alex, dein Fazit bitte. Ja, Markus hat es ja schon etwas beschrieben. Für uns war es ein schweres Spiel gegen Werder Bremen, gegen eine der spielstärksten Mannschaften der zweiten Liga. Wir mussten von der ersten Minute an eine gute Zweikampfführung an den Tag legen. Und wir mussten die Räume verdichten. Wir wussten genau, wenn Werder Bremen ins Spielen kommt, wenn wir ihnen zu viel Luft lassen, wenn wir nicht konsequent sind in den Zweikämpfen, wenn wir nicht gut auf die Ballseite kommen, wenn wir im Prinzip nicht gut verteidigen, dann gehen wir wahrscheinlich nicht als Sieger vom Platz. Das war unsere Chance, das war einfach mit einer guten Mentalität, einer Zweikampfrobustheit, auch einer Konzentration, was die Bremer Spitzen betrifft, die einfach eine sehr gute Qualität haben, sehr gute Dribbler sind, ja, auf beiden Seiten, rechts und links und mit dem Marvin Duxch natürlich einen, der vor dem Tor eine sehr gute Qualität hat. Das wussten wir alles und diese Chance, ja, diese Chance hat die Mannschaft sehr gut genutzt, dass wir einfach griffig sind, dass wir viel Personal hochbringen, dass wir gut sind im Gegenpressing, ja, mit einem guten Netz, dass wir gut sind auf die zweiten Bälle. Wir haben es nicht immer geschafft, 90 Minuten, aber wir haben es über große Teile des Spiels geschafft und dann natürlich, ja, wie es mein Kollege gesagt hat, haben wir eine gute Effektivität gehabt bei den Torchancen und das hat uns natürlich in die Karten gespielt, ja, dass wir 1-0 in Führung gehen und da einfach dann vom Kopf her auch nach den letzten Ergebnissen befreiter agieren und, ja, in der einen oder anderen Situation war es natürlich auch sehr brenzlig, kurz nach dem Ausgleich, als Marvin Duxch diese große Chance hatte. Aber wir haben alles investiert, was möglich war. Am Schluss hat man es einfach deutlich gesehen, ja, Robin Becker musste raus, weil er einfach nicht mehr konnte. Es waren gefühlt drei, vier Spieler am Rande des Machbaren vom läuferischen Potenzial her und, ja, im Umkehrschluss heißt es, dass wir einfach alles gegeben haben und mit den Zuschauern im Rücken sehr stolz sind, dass wir heute gewonnen haben gegen einen großen Namen und großen Gegner. Alex, auch dir vielen Dank für deine Worte zum Spiel. Kommen wir jetzt zu den Fragen der Journalisten und Journalisten, die oben auf der Pressetribüne sitzen und ihre Fragen entsprechend eingesandt haben. Den Anfang macht die Jochen Leimert von den Dresdner Neuesten Nachrichten. Frage an beide Trainer, warum haben sie die Mais auf die Bank gesetzt und haben sie sich eventuell da sogar ausnahmsweise abgesprochen? Nein, also das hat eigentlich weniger damit zu tun gehabt. Wir haben ja aufgrund dessen, dass wir Grosso im zentralen Mittelfeld durch eine Verletzung jetzt verloren haben und Ili Grujew sein erstes Spiel von Anfang an gemacht hat, haben wir halt gesagt, es ist eine 50-50-Entscheidung bei Lasse. Wir hätten ihn auch genauso gut von Beginn an bringen können. Wir haben halt gedacht, wir bringen mit Marco nochmal einen Linksfuß, der auch ein bisschen mehr Erfahrung hat, um einfach diese ganz junge Mannschaft, die wir auf den Platz geschickt haben, nochmal ein bisschen mehr Stabilität vielleicht zu geben. Das war einfach so der Beweggrund. Das hatte eigentlich mit der Leistung gar nichts zu tun, weil Lasse hätte auch genauso gut von Anfang an spielen können und musste ja dann sowieso in der zweiten Halbzeit rein, weil Tony sich ja in eine Situation gebracht hat, dass er fast gelb-rot bekommen hätte, was er auch selbst verschuldet war am Ende. Also, ja, das hatte einfach damit den Grund, dass wir gesagt haben, vielleicht einen etwas erfahreneren Spieler in diese ganz junge Mannschaft hinten reinbringen, um vielleicht ein bisschen Stabilität reinzubringen. Aber das hat auch nicht geklappt. Ja, bei uns war es so, wir haben im Abwehrbereich ja etliche Spiele, ja. Natürlich mit dem Tim Knipping verletzt, verletzten Ausfall. Bei uns ist Chris Löwe und Michael Sollbauer mit großer Erfahrung. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber alle anderen Spieler, und da zählen wir auch Sebastian May dazu, die sind auf dem Level neu. Ja, die sind in der zweiten Liga, in der zweiten Bundesliga einfach noch ohne Erfahrung. Und es ist einfach ein wöchentlicher Konkurrenzkampf. Letzte Woche hat es sehr gut gepasst, ja, gegen die wuchtigen, eher großgewachsenen Angreifer von Darmstadt, ja, hat es mit dem Sebastian gut gepasst. Aber wir haben natürlich immer die Option, ja, dass wir hinten Geschwindigkeit, mehr Geschwindigkeit aufstellen, ja, was das tiefe Verteidigen betrifft. Und so haben wir es eben diese Woche gemacht. Und ich will das gar nicht thematisieren, ja, Sebastian ist ein hervorragender Spieler, wie auch unsere anderen Abwehrspieler. Und da sind wir einfach flexibel und reagieren einfach taktisch auf verschiedene Situationen. Weiter geht es mit Thomas Narrendorf von der Dresdner Morgenpost, der gleich mehrere Fragen für dich, Alex, eingesandt hat. Wir arbeiten uns Stück für Stück durch. Glückwunsch zum Sieg, Herr Schmidt. Wie viele Steine sind Ihnen heute vom Herzen gefallen? Ja, Steine vom Herzen gefallen, ja. Wir haben gewusst, ja, wie wir gegen Bremen agieren müssen. Ja, darauf war ich fokussiert, ja, wie das komplette Team. Und es ist halt jede Woche, es ist ein Kampf auf Biegen und Brechen, ja, und wirklich jeden Quadratmeter auf dem Platz. Und du musst bis in die Nachspielzeit wachsam sein. Ja, wir haben jetzt zweimal die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass wir Lehrgeld gezahlt haben, ja, in Darmstadt und in Heidenheim, ja, was Zweitliga-Fußball betrifft. Und ja, wir müssen einfach aus diesen Fehlern lernen. Wir Trainer, wir Spieler, alle zusammen, wir sind ein Team. Und natürlich, das 1-0 war jetzt sehr befreiend für alle Beteiligten. Und ich bin einfach stolz auf die Mannschaft, dass wir heute, wie gesagt, einen starken Werder Bremen geschlagen haben. Frage Nummer zwei von Thomas Narrendorf mit Antonis Aydonis und Agi Diawusi haben zwei Einwechselspieler mit für die Entscheidung gesorgt. So wünscht man sich das als Trainer, oder? Ja, natürlich. Wie gesagt, es ist jede Woche einfach aufs Neue ein Kampf. Und jeder muss sich beweisen, letzte Woche war ich jetzt nicht zufrieden mit Diawusi. Einfach waren wir zu wenig. Heute kam er rein, hat alles gegeben, bereitet ein Tor vor, hat nach hinten gearbeitet. Und Toni war eine lange Überlegung, ob er sogar von Beginn an spielt, weil er halt einfach kontinuierlich jetzt seine Leistung im Training bringt. Und man muss auch ein großes Lob ihm aussprechen. Er hat sich während der Woche die Hand gebrochen im Training. Und entgegen aller Empfehlungen wollte er unbedingt dabei sein. Hat mit einer Schiene gespielt. Also es zeugt von großem Charakter und einfach von dieser Mentalität, was der Toni jetzt heute hier an den Tag gelegt hat. Er hat ein super Spiel gemacht, als er reinkam. Ja, sehr wichtig. Innere Linie, Kopfballduelle gewonnen. Ja, war sehr wichtig für uns heute. Noch eine Frage von Thomas Narrendorf. Ein Wort bitte zu Robin Becker. Er hat erstmals seit dem 11. Januar wieder von Beginn an gespielt. Haben Sie bei ihm mit so einem starken Auftritt gerechnet? Ja, Robin, wir haben ja alle gewusst, was wir an Robin haben. Ja, er hat in der dritten Liga schon gezeigt, was Sache ist. Er ist ein unheimlicher Mentalitätsspieler mit einer guten Schnelligkeit. Und ich glaube, die eine Szene, wo er quer über den Platz rennt und diesen Zweikampf noch gewinnt, zeigt einfach, was er für ein brutaler Fighter ist. Und das hat uns heute gut getan, nach den bitteren Nackenschlägen. Ja, jetzt mit dem Panna Blachodimos. Ja, das war natürlich erschütternd. Und so ein Robin Becker hat heute mit seiner ganzen Ausstrahlung, hat uns einfach heute super gut getan. Und die letzte Frage dann von Thomas Narrendorf. Gibt es schon eine Entscheidung zu Ibrahima Traore? Nö, da sind wir einfach jetzt gerade noch am Abklären, was wir da machen. Und wir haben ja so ein Gremium, allen voran der Ralf Becker, unser Sportdirektor. Und das werden wir sehen. Es muss natürlich alles passen. Wir wollen einen Spieler holen, der uns absolut verstärkt. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen im Training. Alles weitere, was wir jetzt sehen. Daniel Klein von der Sächsischen Zeitung macht weiter. Christoph Daferner, Alex, hatte vor dem Doppelpack vier Partien nicht getroffen. Sie haben aber trotzdem an ihm festgehalten. Warum? Ja, für mich, Christoph Daferner, gibt es für mich keine Frage. Weil wenn er mal nicht trifft, dann arbeitet er halt extrem gegen den Ball. Ja, es gibt so viele Situationen, wo der Christoph für uns, für die Mannschaft wertvoll ist. Ja, Körpersprache einfach extrem. Teamplayer, eigentlich immer der Laufstärkste in der Mannschaft. Es sind einfach Attribute. Das ist Zweitliga-Fußball und die bringt er alle mit. Und natürlich wollen wir auch mit ihm, wie mit allen anderen, weiter hat oder weiter konsequent arbeiten. Ja, er ist noch nicht komplett. Und da werden wir aber weiter daran arbeiten. Die nächste Frage kommt von Jochen Leimert, Dresdner Neusternachrichten. Wie war Ihnen um die 30. Minute zumute, als Bremen das Spiel zu übernehmen schien, Dynamo vorne keinen Ball mehr festmachen konnte? Ja, wir wussten ja, ich habe der Mannschaft gesagt, wir brauchen auch eine Frusttoleranz gegen so einen spielstarken Gegner. Ja, es kann, es läuft wahrscheinlich nicht immer alles nach Plan, dass wir jeden Ball im Angriffspressing gewinnen oder in Gegnerhälfte gewinnen. Das war uns klar, ja, dass wir auch mal ein bisschen hinterherlaufen. Aber ja, ist so und wir haben es dann gut gemeistert. Natürlich hätte ich mir schon gewünscht, dass wir vorne die Bälle besser festmachen. Ja, da werden wir auch so einen Punkt, wo wir weiter daran arbeiten müssen, dass wir da einfach für Entlastung sorgen, was das Umschaltspiel betrifft. Wenn ich einmal nicht die Tiefe anlaufen kann, dass ich dann einfach den Ball nicht so schnell herschenke. Lukas Böhme vom Kicker macht weiter. Glückwunsch zum Heimsieg, Herr Schmidt. Christoph Dafferner kam heute zumeist aus einer tieferen Position als gewöhnlich. Morris Schröter dagegen lief in vorderster Linie auf. Können Sie hier kurz die Grundidee erläutern? Ja, die Grundidee war einfach, dass wir eine Schnelligkeit hatten in der letzten Linie und der Christoph einfach ein variabler Spieler ist, der dann im entscheidenden Moment einfach mehr in zentraler Position sich zeigt, hat er dann ganz gut funktioniert. Also ich will den Christoph eigentlich nicht so gerne auf dem Flügel haben. Das entspricht einfach nicht seinem Mittelstürmer naturell. Aber natürlich, ja, so vertikale Bewegungen rein raus aus der Spitze, das muss immer drin sein. Wir kommen Stand jetzt zur letzten Frage. Daher die Bitte an die Kollegen auf der Pressetribüne. Sollte es noch eine Frage geben, dann bitte jetzt in die WhatsApp-Gruppe. Ansonsten sind wir nach folgender Frage durch, die von Thomas Schmidt vom Wochenkurier kommt. Nachfrage zu Robin Becker. Hat er ernsthaft etwas abbekommen? Denn aus Leistungsgründen musste er nicht raus. Nachfrage zu Sebastian May. Wie hat er auf seine Nichtaufstellung reagiert? Also beim Robin war es so, er konnte einfach nicht mehr. Er war ja länger verletzt und musste einfach raus, weil er völlig platt war. Und dafür ein hohes Lob. Und Sebastian May, ich habe es schon in den vorigen Interviews gesagt, ich kann mich an keinen Sportsmann erinnern, der das so positiv aufgenommen hat. Er ist ja immerhin der Kapitän und er hat das sofort eingesehen und hat gesagt, okay, ja, ich habe die Vorbereitung einfach nicht mitgemacht. Ich weiß, ich bin noch nicht auf meinem hundertprozentigen Leistungslevel. Ich weiß, ich bin jetzt neu in dieser zweiten Liga und muss mich auch beweisen, wie die anderen Jungs sind im Abwehrbereich. Also ein riesen Kompliment an Sebastian und er wird für uns noch ein sehr wichtiger Spieler werden. Ja, das weiß ich, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Alex, vielen Dank dir, Herr Anfang. Vielen Dank Ihnen auch für Ihre Geduld. Gute Heimreise, viel Erfolg für den Rest der Saison. Vielen Dank an alle Journalisten für das Interesse. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dankeschön.